Führerschein mit Sicherheit. Willkommen bei der Fahrschule Kreiter. Seit über 70 Jahren setzen wir Trends in Sachen Führerschein, Weiterbildung und Verkehrssicherheit. Wir bilden alle Führerschein-Klassen aus. Ohne Wenn und Aber. Auch Stapler, Ladekran oder Gefahrgutfahrer. Gerne auch mit AZAV Bildungsgutschein. Vom Mofa bis zum Berufskraftfahrer. Bei uns sind sie richtig. Profitieren auch Sie von unserem hauseigenen Verkehrsübungspark auf 12.000 Quadratmetern geschützter Trainingsfläche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und informieren Sie gerne unverbindlich über unsere Leistungen. Kreiter bringt Sie weiter. Ihre persönliche Fahrschule in Siegburg, St. Augustin und Loma. Prinzenproklamation in Siegburg. Und wollen wir hoffen, dass es in der Welt friedlich bleibt. Denn das ist das Wichtigste. Sonst steht alles hinten an. Hoffen wir darauf. In dem Sinne ein frohes neues Jahr zusammen. Dies war der Auftakt Anfang Januar in der Rhein-Sieg-Halle. Das Siegburger Karnevalskomitee startete am 10.01. mit rund 950 Jecken durch die Prinzenproklamation des Siegburger Prinzenpaares in die heiße Karnevalsphase. Prinzenpaar der Session 1920 sind Prinz Reif I. und Siegburgia Vera I. Nach der Begrüßung durch Jörg Sola Schröder, den Präsidenten des Siegburger Karnevalskomitees, der durch die Veranstaltung führte, hieß es für Bands wie die Domstürmer oder die Külbisse, Bühne frei. Die Proklamation des Prinzenpaares wurde durch Siegburgs Bürgermeister und Protektor Franz Huhn durchgeführt. Noch den bürgerlichen Ralf Seiler zum Prinz Ralf I, Prinz von Siegburg für die Session 2021. Jetzt darfst du aufstellen, das Zeichen der Macht werden. Es gipfelte zu einem großartigen Auftakt in die fünfte Jahreszeit in der Siegermetropole. Es gipfelte zu einem großartigen Ralf Seiler zum Prinz Ralf I, Prinz von Siegburg für die Session 2021.